das ist hier los ach du scheiße der ganze fluss wir werden hier vollkommen überschwemmt der goldmann wir werden hier vollkommen überschwemmt ach du scheiße hier steh auf wir müssen hoch wir müssen weg ich habe mich schon gewundert warum man schlafsack so plötzlich nass ist jungen warum warum ist stark das wasser so extrem muss ich die ganzen sachen die rüber tragen was passiert hier gerade so so scheiße mein handy oh hier alter wir werden hier komplett überflutet hier was passiert hier gerade ich habe mich gefragt warum das hier jetzt was passiert hier leute ja der rucksack ist hier alter was passiert hier eigentlich gerade leute ach du scheiße ey was geht bei dir? hast du alles geschafft? so ungefähr ich weiß selber nicht Herr goldmann versucht jetzt gerade sein dings abzubauen seine hängematte was ist das alter und das wird immer tiefer irgendwie es ist hier alles voll alles komplett voll wie kommt man hier weg? sein handy ist da reingefallen das wasser wie viel ey warum ist hier plötzlich so viel wasser ich frage mich was hier noch so viel tiere auch langschwimmen dann dann müssen dein wagen am besten da oben an dem baum hängen falls das wieder wird oder so wie kommt man hier weg? mal guck mal wir kommen ja von da ganz hinten und das hier ist alles voll komplett ich war fast am ziel ja aber dann wird es bis hier und dann weiter konnte ich nicht weil sonst kriege ich ja keine Luft mehr schaiße